Ja, das ist ja der Modern Warfire-Stream mit Kollegah und Farid Bang. Zieht euch das mal kurz rein, wir schauen uns das Ganze kurz an. Ich muss nur noch schneller irgendwie dahin und herziehen. Dann bin ich eigentlich auch ein Pro-Gamer. Nein, der hat mich geholt. 2-1 für dich. 2-1. Farid im Hintergrund. 2-1 für dich. Jawohl Junge, ruhig mein Koffer. Kalle öfters ducken. 3-1 duckselig. Kannst du auch hinlegen, wenn du gedrückt hast. Aha. Was war noch denn da ein Scheißspiel? Ist das ein Scheißspiel? Ist das ein Scheißspiel? Ganz ruhig da unten, ey. Schaut mal jetzt hierhin gleich zu Kalle. Was macht der da rechts, links? Hier. Hier. Da kommt jetzt hier jemand, okay? Ey, der rennt doch weg! Ja, ich weiß, ich weiß, klar. Aber das Spiel ist nice, ne? Es macht aber nur Spaß, wenn man auch jemanden trifft. Das ist so, wenn man down geht, kann das Spiel dann nichts dafür. Der Modus ist aber auch neu. Es gab vorher nicht so ein 2 gegen 2 Modus. Scheiße. Habt ihr das gemerkt? Guckt euch mal den besten Kommentar hier an, okay? 28 Minuten und 25 Sekunden. Ein Kollege stirbt und sagt, was ein Scheißspiel. 28,51. Ein Mann kommt und flüstert ihm etwas ins Ohr. 29. Minute, der Kollege lobt das Spiel und sagt, es ist nice. Was könnte der Mann noch gesagt haben? Ey, zu geil. Ah, geil. Einfach geil. Ja, ist ja klar, der soll ja das Spiel dort bewerben. Und ob er das mag oder nicht, der muss halt positiv über das Spiel reden. Ah, ist schon witzig. Das geben wir uns nochmal. So. Ducken? Du bist ja nicht. Kannst du auch hinlegen, wenn du gedrückt hast. Aha. Was war noch denn ein Scheißspiel? Ey komm, ich hab heute der Training ausfallen lassen. Die Zeit, wir müssen gewinnen. Ganz ruhig da unten, ey. Was macht der da rechts, links? Hier. Hier. So, da kommt der Mann. Taktisch. Ey, der rennt doch weg. Ja, ich weiß, ich weiß, klar. Und jetzt, Kole. Aber das Spiel ist nice, ne? Ja, das macht aber nur Spaß, wenn man auch jemanden trifft. Das ist so. Wenn man down geht, dann kann das Spiel ja nicht. Der Modus ist aber auch neu. Aber das Spiel ist nice, gell? Ja, ja. Modern Warfare ist nice. Zu geil. Ja.